Wandlampe Altholz Lerche geflammt Massivholz Letzmatom Gröhe Altholz ca. 12 cm x 12 cm x 25 cm Lerche ca. 12 cm x 12 cm x 25 cm Lerche geflammt ca. 12 x 12 cm x 25 cm Beleuchtung Ledes schwenkbar 2700 KJ 300 LM Keine Trafos Und fertig montiert Material Holz Preis etwa 90,66 Euro per Stück Musió Levitung Unbello 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 Sunbello ?,